Äh, bin ich jetzt richtig? Wend of Exquivation halt. Dazu brauche ich mein Büchlein. Aber die ist gerade vertan. Ähm, wir brauchen, wir brauchen dich. Nee, Instrumentum und Metallum. Okay, passt schon. Also vier Instrumentum, 16 Metallum. Oh, ich brauche dich. Öh, der hat ja gar kein Instrumentum drauf. Genau. Fail. Fail. Ich brauche hier ein Instrumentum. Ich brauche zwei Sachen. Vier. Da sind zwei drauf. Also brauchen wir zwei. Da braucht zwei drauf. Dann klappen wir die rein. Und 16 Metallum. 16 Metallum. 16. Oh, hier vier. Hier. Zack, zack, zack. Alles drin. Jo. Gästlichen Koch auch. Kochen. Gut. So. Okay. Aber ich könnte doch eigentlich gleich dahinter gehen, wo ich gestern war. Da können wir doch eigentlich gleich wieder hin hüpfen. Da können wir doch eigentlich gleich wieder hin hüpfen. Dobbesch. Ich glaube, es ist so schnell, das ist so schnell. Dann wird das hier noch nie wieder hin. Und dann muss ich noch150 feet kommen. Es ist so schnell, es ist so schnell, es ist so schnell total sein. Und dann wird das hier wieder hin. Ich meine da noch nicht einmal überprüfen. Da gibt es. Untertitelung des ZDF, 2020 Aua, dreckstabelle. Aua, dreckstabelle. Das ist auf jeden Fall jede Menge Eisen. Gleich Nachschub für meine nächsten Stäbchen. Aua, dreckstabelle. Aua, dreckstabelle. Gleich wieder ausleuchten. Muss mal was essen. So, weiter geht's. Einmal Eisen. Jetzt ist ja egal, wie nach der Rückkehr geht. Ich zeichne den zweiten. Der braucht so schnell ab, das ist so krass. Das ist alles Minim, ne? Und hier Quarz. Ich glaube, das Bomben lieber so ab. Das geht besser. Ist das Ding nicht Boxid, oder? Würde uns da auch Eisen. Ich bin nehm, ne? Woh, das schaust. Alle mitnehmen. Das drückt vorher eigentlich gar nicht. Oh, das braucht ja mit dem Stab schlicht ab. Naja, das drückt vorher eigentlich gar nicht. Na, das sind ein Echsen. So. Der Stab hält aber trotzdem noch gar nicht lange. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch zu lange aushält. Ich hätte auch so sehr schneller kaputt ist jetzt. Aber naja, das wäre doch was Gutes zum Schläbchen. Die großen Hero sowie Kohle. Ja, denn am Wochenende werde ich dann auf jeden Fall auch mein Ding weiter machen. So, wie Iron haben wir denn jetzt? 16, d.h. 32, das sollte dann eigentlich reichen. Hier lassen wir nämlich zu, kann ich nicht mitbekommen, dass der andere Stab jetzt kaputt war. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. So, rein damit wir. Jung. So, so. Das reicht aber nicht mit Kohle. So. Komm, ich brauch dich, Junge. Ich geb Gas. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Stahlplatten, einen Maschinenblock und auf jeden Fall nochmal Gummi. Gummi brauchen wir nochmal. Ich hab's natürlich schon ausgelagert. So. Ähm. Rubbertree und ich. Kommt ja das schon mal wieder einladen hier. Warum alles lässt man nicht? Na, Iron, das nehm ich ja immer mit. Den können wir gleich noch einslälzen. So. Rubbertree dahin. Dich dahin. Gut. Ach ne, das sind auch die falschen Rubbertrees. An die Nimmstige gerissen. Die sind doch. So. Die sind doch doof. Die sind doch doof. Die sind doch doof. Die da brauchen wir. So. All die anderen sind blöd. Find ich die schöner. Warte, für den ist aus jeden, aus jeden Stamm einer raus. So. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon gleich die Maschinenhülle fertig. Beziehungsweise halt die. Ähm. Na. Ne. Du wirst schon halt den. Lava behälte. Warte, bloß noch Lava. Zappling wird wohl keiner runterfallen oder was? Hallo. Ich brauche ein Zappling. Ich sollte mir abgewöhnen, um mit der Axt auf den Blättern umzuhauen. Wird dann meistens sinnlos kaputt. Und habe ja im Endeffekt gar nichts davon. So. Wieviel haben wir jetzt? 21. Wieviel brauche ich? Habe ich gesagt, ich brauche noch zweimal. Das heißt hier. Brauche ich 28. Also auch. Einmal noch. Einmal noch. So. Ach. Genau 28. Ideal. Ideal. So. Brennen. Sonnholz beschäftigt du auch. Du musst hier gleich noch das draus. So. So. Warte mal. Ähm. Du kannst jetzt gerne mitbrennen. Ich wähle Level 10. Das geht zu schnell. Und Level 11. Das geht zu schnell. Ähm. Mit Kohlebrennen und so. Das geht zu schnell. Ähm. Mit Kohlebrennen und so. So. Cool wäre halt, wenn ich dann jetzt auch irgendwann den nächsten Mal Recharge rauskriege. So. Ich brauche auf jeden Fall noch Stahlplatten. So. Der zutelt jetzt wieder schön. So. 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 Ich brauche noch mal zweimal Lava. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Der hatte doch die Lavazellen drum. Ne? Kann ich die einfach so wieder ausschütten? Weil er klaut mir ja schlichtweg auch, ne? Kann ich mir bestimmt auch mal so ein Lava-Zenner ausmalen, ne? Aber die kann ich glaube ich gar nicht einfach so ausschütten. Das geht glaube ich gar nicht einfach so. Ne. Shit. Ich habe mich ja doch so ein Extraktron-Teil. Du? Ne. Du? Liquid-Transposer. Der braucht Strom. Macht der jetzt was? Ne. Okay, also überhaupt Blödsinn. Ist der überhaupt Blödsinn? Wir müssen uns halt mal zwei einmal Lava holen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Hä? 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 Wie ausbrechen hat das rausgenommen? Hä? Ich habe das hier auch wieder. Ich habe wahrscheinlich oben das zurück. Hä? 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 Ich habe Lava-Zellen raus, ja nicht. Hä? Hä? Und die Hülle komme ich auch nicht bei mir ein. Ein Teil, der fehlt. So, wie schaut's denn aus? Gummi. Gummi. Ist das Kohle? Da ist auch Kohle. Da ist Gummi. Ähm, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Habe ich noch Kupfer? Also Kupfer habe ich schon noch, aber auch noch Fertiges. Oh, noch ein Schweinein gefunden. Jetzt habe ich keinen Kupfer mehr. Oh, auch noch ein Schweinein gefunden. Junge, willst du mich hier ein wenig verarschen oder was? Ich kann Kupfer nie. Dann müssen wir noch ein wenig verspenderisch sein. Einmal wenigstens. So, wir haben jetzt 7. Das reicht dann. Gut, dann brauchen wir jetzt noch eine Maschinenhülle. Die besorgen wir jetzt. Und dann brauchen wir noch 4. Electronic Circuit. Dann hätten wir den Spaß fertig. Ich habe gesagt einen, ne? Oh, die kann noch. Ja. Einer ist da drin. Und zwar noch 4. Electronic Circuits. Eine noch junge Chrome. Dann müssen wir uns morgen auf jeden Fall einmal Dings besuchen. Einmal Lauer. Dann hätten wir die Sache schon mal fertig. Das ist aber echt ein Riesenprojekt gewesen. Jetzt wieder mal. Das reicht doch gar nicht. Das sind erst 2. Electronic Circuit. Ich lecke mich an. Rrrrrr. Brennen. So, da brauche ich 1. 2. 4. 8 Stück, glaube ich. 8 Stück Refined Iron habe ich. Ja, ich werde noch die Kabel, bevor jetzt das Rezept noch 5 mal zusammen basteln muss. So, dann hätten wir das noch auf jeden Fall schon mal fertig. Und jetzt brauchen wir noch die Industrial Blast. So, dann brauchen wir einen Advanced Machine Block. So, das ist eben nicht so drin. Hier ist ein Rediktion als Circuit. Furious Ingot. Nur Furious Ingot kann man ja brauchen. Das ist da mehr Erinnerung von. Das ist aber schon ein bisschen Furious Blablablabla. So viel haben wir davon gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal zusammen. So. Gut. Dann hätte ich jetzt schon mal das. Ich versuche es ehrlich zu mal aus. Ich versuche es ehrlich zu mal aus. Ich versuche es erstmal zu spornen. So. Gut, hier müssen wir noch einmal zugelacht werden und dann ist es fertig. So, er geht da rein. So, genau, Furious gibt Nickel. Ah, Nickel kann ich auch nehmen, okay, Nickel habe ich schon mal was gefunden. Nickel schaut so aus. Ammonickel. 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 So etwas habe ich auch wieder noch nicht. Eine Rolling Machine habe ich noch gar nicht. Und die nächste Maschine, die wir brauchen. Rolling Machine. Gut, die geht ja mal noch. Ach, die können wir auch mit Aluminium bauen. Okay. Bei Aluminium habe ich mittlerweile auch genug. Hallo. Ich werde mir eigentlich schon wieder klar sein müssen, dass es schon wieder irgendwas fehlt. Das ist hier immer so. So. Dann schmecken wir hinten mal 2 hinein. Oh, das ist doch jemand von mir. Oh, das ist doch jemand von mir. Sud. Achso. Da ist ja kein Saft drauf. Mhm. Was ist das noch mal bringen los? Durchschmelzen. Aluminiumplatten. Okay. Ach. Dazu brauche ich auch die Industrial Plast für das. Okay. Hm. Ich sage jetzt schon mal nichts. Also brauchen wir die Industrial Plast für das auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauchen wir die. Hm. Sampling-Machines. Hm. Hm. Wollen wir denn auf jeden Fall andere? Wie wurde das Spiel? Gut. Der ist auch mal wieder ab. Gut. Dann wut ich sagen. Dann warst du erst mal für heute. und wir sehen uns im nächsten Part Tschüss